Hallo wieder Beiden, eine Stunde um Feier und Notruf 112, die Feuerwehr-Simulation. Jo, also wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass die Performance sich verbessert hat, aber keine neuen Aufträge gab es. So, laden wir mal hoch, wollen wir mal zu unserem Café, wenn die Wand nicht in meinem Weg stimmen würde. Grüß dich. Ach, machst nur die Tür auf mir. Dankeschön. So. Ah, LKW-Brand. Na, dann machen wir mal... Machen wir mal hier diesen Schlauch, guck mal. Achtung, Brandschutz, LKW-Brand. Einsatz für ELW-LF24-TLF1-RTW1. Wo müssen wir hin? Ach, hier hin. Ach, bestimmt selber der Fahrer. Motor an. Motor an und Blaulicht an, um kann ich sowieso zu pauten. Die gute Lücke rechnen. Ach, hab ich mir gedacht. Okay, wir haben ja das letzte Mal den einen da, äh, hier geparkt und jetzt steht er da vorne rum. Mhm. 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 F1, 2, F1, so, da stehen wir. So, jetzt können wir auch mal losfahren. Wir sind natürlich viel zu spät. Oh, ist er verknarpt. Wegen uns kommt es hier zum... ...brennt hier der WKW noch mehr ab. Ach, der RTB ist ja noch nach uns losgefallen. So, raus mit uns. Wir zur Position. Legestandrohr. So, wir... ...da Tapper nicht nutzt, da haben wir... So, geh zu B-Schlauch. Geh zu Position. Und, ne, komm. B. Ja, ganz gut, dieses hier. Ah. Komm. So. Warte auf Anweisungen. Da nimmt der Typ jetzt das Ende. Schließt es da an. Hier zu... ...hier zu Position. Welche Position? Benutze Einbaufumpe. So, jetzt müssen wir hier warten. Obwohl da nicht gepumpt wird, müssen wir die Pumpe jetzt beobachten. Lösche Feuer. Löschen wir mal zu dem Typen hier, der Feuer löschen muss, damit wir was zu tun haben und nicht doof herumklotzen. Was ist denn, wenn die Pumpe jetzt auskommt. Oh, ne, da gibt es hier noch nicht zu tun. Na, wo bremst du noch? Na, komm. Warte auf Warnweisungen, lassen wir den hier noch löschen, ach, haben wir schon gelöscht, wird schon gelöscht, okie dokie. Verpacken wir zusammen, ach, das soll ich jetzt. Ich hätte auch mal den Alarm ausmachen müssen sollen. Hätte ich auch das Licht ausfahren sollen? Ach, hab ich ja gar nicht. Die Fahrzeugtür und einsteigen. So, fangen wir zur Feuerwehrwache zurück. Da seht ihr die Steuerung. So, ja, die Performance hat sich definitiv hier verbessert. Eigentlich müsste da doch noch einer sitzen. Äh, ja. Jetzt ist der nicht da. Eins, zwei. Sind alle da. Und wir können hier durchs Fenster sehen und sehen, dass wir noch eine ganze Weile fahren müssen. Eins, F2. F6. Jetzt sind wir da Fahrer. Jetzt sind wir da Fahrer. Oh nein! Oh nein! Der ist uns doch reingefahren! Na jo. Ok, dann machen wir mal diese Folge bisschen kürzer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!